die von Transfers leben, 38,7% derer, die von Arbeit leben. Das geht einheitlich für muslimische Bekannten aus der Türkei, wie aus Afrika, wie aus Nahemittelost. Das ist in der Tabelle auf der Seite 283, da brauchen Sie nicht mitzuschreiben. So, und ich kann jetzt ähnliche Indikatoren sehen, Dr. Bickel für die Berufsabschlüsse, ähnliche für die Schulabschlüsse usw. Wir sehen immer dasselbe, ein Grabentrend, die an diesen Indikatoren gemessen durchschnittliche Integration der muslimischen Migranten, von allen übrigen Migranten und von der deutschen Bevölkerung. Alle übrigen Migranten, ich wiederhole es, haben in der zweiten Generation keine Probleme, die sich von der deutschen Bevölkerung wesentlich abheben. Dies wird übrigens auch nur teilweise besser von Generation zu Generation. Früher dachte ich, das wächst sich alles aus. Es wächst sich eben nicht aus, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, weil diese Gruppen zu ganz großen Teilen an ihrer heimatlichen Sprache, auch in Deutschland festhalten, haben wir sie nur unzureichend Deutsch lernen und die Frauen noch unzureichender als die Männer. Das hängt auch damit zusammen, dass sie zu 98 Prozent, also heimatliches Fernsehen gucken, also der arabische und türkische Sender. Das liegt auch daran, dass es nach wie vor einen kontinuierlichen Familiennachzug gibt. Die der letzten verfügbaren Zahlen sagten, dass 60 Prozent der in Deutschland geborenen Türkinnen und Türken Partner aus der Türkei heiraten. Bei den Arabern sind die Verhältnisse ähnlich. Damit wird aber, damit, dass dann die Braut oder der Bräutigam meist im Zusammenhang mit arrangierten Ehen in ganz jungen Jahren aus der Türkei kommt, werden aber gleichzeitig die dortigen Verhältnisse und kulturellen Gewohnheiten immer wieder neu mit importiert. Ich sagte Ihnen vorhin, dass 70 Prozent der deutsch-russen oder russlanddeutschen deutschen Partner heiraten, die also türkische der Community, da ist es so, dass mehr als 95 Prozent untereinander heiraten. Interessanterweise gibt es übrigens auch relativ wenig Vermischung zwischen Arabern einerseits und Türken andererseits. Auch da ist man sich nicht so richtig grün oder lebt nebeneinander her. Und damit, dass sich bedingt durchs Fernsehen, bedingt durch die durchschnittlich mangelhafte Teilnahme am Arbeitsleben, bedingt durch das Anhängen an der Heimatsprache und bedingt durch den fortwährenden Familiennachzug, bilden sich in der Summe Inseln, die teilweise dazu führen, dass die Kinder dieser Einwanderer, dieser oft schon in der dritten, vierten Generation hier lebenden Menschen schlechter deutsch reden als ihre Eltern. Eine Freundin meiner Familie, wir waren lange Nachbarn in Mainz, arbeitet in Rüsselsheim in der beruflichen Bildung, macht das jetzt seit 35 Jahren und die hat teilweise bereits die Enkelinnen ihrer ehemaligen, also Hauptschüler jetzt ihrerseits wieder in der, also Hauptschule sitzen, sie hat immer diese, also diese Klassen, wo man dann nachdem alles nicht verklappte, dann auch mal am Ende versucht, sie doch noch irgendwie abschlussreif zu kriegen und dann auch in die Berufe zu vermitteln. Es sind teilweise verheerende Verhältnisse, jetzt waren wir da vor einigen Wochen, sagte sie ganz entsetzt, sie traf eine alte Schülerin im Kopftuch, alte Schülerin heißt jetzt, das heißt sie vor, also 30 Jahren unterrichtet, jetzt ist sie 45, sie sagte, die sprach gut Deutsch, die hat fast alles Deutsch verlernt. Die kann, die also kann gar nicht mehr richtig Deutsch reden. Und insofern haben wir das Problem, dass diese Inseln sich vergrößern, das ist jetzt kein Vorwurf an die einzelnen Menschen, jeder Mensch wird durch Rahmenbedingungen gesteuert und die Unterschiedlichkeit von Menschen muss man auch anerkennen, man muss nur auch die Folgen sehen. In der größten türkisch-arabischen Stadt Deutschlands, in dem Berliner Bezirk Neukölln, gibt es insgesamt 300.000 Einwohner, da also in Süd-Neukölln leben etwa 100.000 Menschen, also Nord-Neukölln also 200.000, von diesen wiederum 60% Türken und Araber. An den Schulen ist aber die Zahl der Türken und Araber liegt bereits bei 80%, 90%, teilweise auch mehr, weil sie halt mehr Kinder bekommen. Und jetzt fragte ich, ich hatte Heinz Buschkowski, ja wie geht das denn weiter? Ja, sagt er, das ist doch klar, diejenigen, die heute die Schüler sind, sind morgen die Bürger und von daher gehe ich davon aus, dass jedenfalls der Nord-Neukölln in einigen Jahrzehnten zu 80 bis 90% türkisch und arabisch ist. Und diese Inseln gibt es überall. Ich weiß nicht, wie die Verhältnisse hier sind, da in Forzheim, mal sind es 30.000, die für Lammen leben, mal sind es 4.000, mal sind es 5.000, jedenfalls sind die, also sind diese Inseln relativ, also relativ da kompakt und sie dehnen sich aus. Und eine Änderung ist so auch nicht absehbar. Und das ist der Punkt, wo wir wissen wollen, wo wir wissen sollten, was wir wollen. Wollen wir einen, also einen Nationalstaat, in der die Sprache deutsch ist und die Menschen, die bei uns Einwanderern den üblichen Weg gehen, in der ersten Generation Einwanderer mit Doppelheimat wahrscheinlich ganz natürlich mit dem Herzen mehr an der alten Heimat hängen als an der neuen. Die Kinder wachsen als Deutsche auf, können noch aber die Sprache ihrer Eltern, die Enkel können dies meist schon nicht mehr, sondern müssen sich dann mit den Großeltern anders unterhalten. Das ist der normale Weg bei Menschen. Die, also Zweisprachigkeit im täglichen Umgang ist für Menschen die Ausnahme. Die meisten Menschen haben damit intellektuelle Schwierigkeiten wirklich, also da zweisprachig zu sein. Sie haben aber auch nicht das Interesse, weil jeder Mensch lebt nur in einer Sprache. Wenn Sie in das Elsass gehen und das dort besuchen, da stellen Sie auch fest, das ist ein völlig unvermeidlicher Prozess, dass das Französische, das Deutsche ablehnt. Die, also Großeltern unterhalten sich noch im Elsässer Deutsch, die, äh, oder eben, also Dialekt. Die Eltern können die Großeltern verstehen, auch noch darin antworten, die Kinder reden Französisch. So ist das und so ist es auch natürlich und wir müssen wissen, was wir wollen. Wenn wir wollen, dass man in Deutschland Deutsch redet und über die Sprache wird ja letztlich auch die Kultur weitergegeben, dann müssen wir darauf achten, dass man dies auch tut und müssen dies auch im täglichen Leben durchsetzen und müssen überlegen, wie wir derartige kompakte Volksgruppen mit der Zeit auch auflösen. es geht dabei, es geht dabei, es geht bei Kultur ja immer um etwas Komplexes, etwas Vielschichtiges, was nicht vernünftig fassbar ist und ich bin zuallerletzt ein Experte für Kultur. Ich bin ein Experte für Zahlen, ein Experte für Politik und angelehnter Soziologe, Experte für Kultur bin ich nicht. Aber eines sage ich mal als angelehnter Soziologe wie auch als Statistiker, wenn ich sehe, dass in ganz Europa die Immigrantengruppen, die sich mit der Integration schwer tun, die Nordafrikaner in Frankreich, die Marokkaner und Türken in Holland, die Marokkaner, Türken und anderen Araber bei uns, Tito in Schweden, Dänemark, die Pakistani in England und überlege, dass alle diese eines gemeinsam haben, nämlich den Hintergrund der islamischen Religion, ihr das damit verbundene Bild von Autorität, von der Rolle der Frau, von Bedeutung von Bildung und so weiter, da kann man daraus noch folgen, dass ein Teil dieser Integrationsbehinderungen offenbar in diesem Hintergrund bedingt sind, was nicht heißt, dass es auch einen säkularen Islam gebe, den gibt es natürlich, nur er ist für ganz große Teile unserer islamischen Bevölkerung offenbar also nicht so wahnsinnig maßgebend und hier müssen wir einfach dieses Faktum erstmal konstatieren. Das ist übrigens auch nicht auf meinem Mist gewachsen, ich also zitiere in meinem Buch umfangreiche Literatur also zu diesem Thema. jetzt ist die Frage, was folgt daraus? Daraus folgt für mich, dass wir erstens darüber nachdenken müssen, wie wir diese Menschen besser integrieren und zweitens darüber nachdenken müssen, welche Integration oder welche Migration denn wir für die Zukunft bei uns also zulassen wollen. Das sind zwei getrennte Themen. Zur Integration der Menschen hier gehört erst einmal das Bildungssystem und darum habe ich einen sehr langen Bildungsteil. Ich bin in der Tat der Meinung, auch wenn mir das als Kind bürgerlicher Eltern der sich auf der Schule zehn Jahre einer muss sich wiederholen sich komfortabel durch die Nachmittage gefaulenzt hat, das war natürlich auch Lebensqualität aber ich bin schon dafür, dass wir ein relativ striktes System einer Ganztagserziehung haben, verbindlich für alle, welches mit dem ersten der Kita-Jahr beginnt und welches bis zum Ende der Schulen geht. Also Ganztagskindergärten, Ganztagsschulen, Hausaufgabenaufsicht denn sowohl für die wachsende deutsche Unterschicht wie für diesen Teil wenig integrationswilliger Migranten gilt, wir müssen die Kinder weitgehend durch öffentliche Einrichtungen erziehen, was die Eltern in unserem Sinne eben nicht tun. Das ist bitter und das heißt nicht, dass ich meine, dass man damit alles lösen könnte, das ist aber eine ganz notwendige Sache. Das ist der erste Punkt, was ich mit den bei uns Lebenden tun würde. Der zweite Punkt ist, man muss das gesellschaftliche Klima ändern. Es hat sich teilweise schon geändert, wir hatten ja ein Klima, in dem man bis vor wenigen Jahren in einer Berliner Zeitung, wenn eine Gruppe libanesischer Jugendlichen einen Rentner verprügelt hatte, man nur von Jugendlichen reden durfte. Also das hat sich mittlerweile geändert. Es müssen sich aber einige Dinge mehr ändern. Wir haben in Berlin sehr viele Phänomene, wo dort muslimische Schüler die Mehrheit an den Schulen gewinnen oder auch die relative Minderheit, sie letztlich sich gegenüber den deutschen Kindern und Schülern feindlich aufstellen. Ich drücke das mal sehr zurückhaltend auf. Es gibt ja auch eine gewachsende Gewalt an den Schulen, die von den muslimischen Schülern aufgeht.